Liebe Zeitzer, liebe Gäste, ich möchte Sie heute in die Heimatstube des Heimatvereines Tyson führen und Ihnen einige schöne Exponate zeigen. Tyson ist zwar nicht mehr selbstständig und wurde eingemeindet, aber die Tradition des Bergwerkes und der Heimatgefühle ist alles noch vorhanden. Sehen Sie sich die Dinge in Ruhe an, es lohnt sich ein Besuch, wir freuen uns und Tradition ist sehr wichtig. Tradition schafft Identität, Tradition bindet uns an unsere Heimat. Ich danke Ihnen, bis zum nächsten Mal, Ihr Wolf-Henri Treblo. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!